Hallo da draußen, ihr kleinen Kackmaden und willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA Feldjäger. Ich bin Officer Knallfinger aka Ralfinger und heute haben wir mit einem ganz speziellen Rekruten zu tun, nämlich, passt auf, auch dem Herrn Ralfinger, wie ihr da auf seinem Nummernschild, äh, auf dem Nummernschild sehen könnt, auf dem Schild hier auf jeden Fall meiner Weste. Witzigerweise habe ich den selben Namen, das bedeutet, das ist Vater und Sohn, wir sind beide Familie Ralfinger. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ihr habt es euch gewünscht, ich habe ja vor ein paar Folgen mal nachgefragt und wie werden wir der Feldjäger fahren? Das Ganze wieder zu zweit, wieder mit dem G36C. Ich weiß, das ist nicht das Original G36, aber das ist das Beste, was ich finden konnte. Und ich denke, mit dem Outfit, das ich bekommen habe vom Team Baro übrigens, ja, also, wer sich fragt, drei vorerst die Skins, die habe ich von Team Baro, sind Franzosen und da sind ein paar Deutsche mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür, sieht richtig geil aus, exklusiv für mich und wenn ihr vielleicht auch mal so einen Skin haben möchtet, kommt auf meinen Discord und fragt mal nett nach, vielleicht habt ihr das Glück und die bekommt ihr dann auch. Ansonsten fahren wir mal wieder den Vito, das ist absolut mein Lieblingsfahrzeug zurzeit und, ähm, wie gesagt, heute sind wir unterwegs mit meinem Feldjäger-Kumpel, äh, auch Ralfinger, ähm, wie gesagt, eine Familie, ich bin der Vater, er ist der Sohn und rein in die Karre hier jetzt. Gut, was wir machen ist, wir werden auf jeden Fall ganz normale Einsätze fahren heute, aber auch, ähm, Personenkontrollen machen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, deswegen erstmal ein fettes geiles Intro und dann wird hier ein bisschen getroost und mal geschaut, was dann alles so auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Die Sonne, die Abyss! Attention all units. Officer needs assistance on Fort Zancudo Approach Road. Okay. Sehr abgefahrener Erster Einsatz. Und zwar haben wir einen Polizisten im Panic Button gedrückt hat. Und zwar am Arsch der Welt. Ich muss hier einmal rundherum fahren. Alter, ist das dein Ernst? Ich glaube nicht. Komme ich nicht da vorne auch raus? Ich denke schon. Und zwar unterstützen wir jetzt anscheinend einen Polizisten. Ich denke mal, es müsste ein Polizist sein, der den Panic Button gedrückt hat. Das ist in den Staaten sowas wie eine absolute Notfall. Der schlimmste oder der größtmögliche Notruf, den man absetzen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich auf die Straße da hochkommen soll. Das ist jedes Mal ein Drama. Macht die Schranke auf. Body macht die Schranke auf. Macht die Schranke auf. Danke. Und wir fahren natürlich gleich ein bisschen Offroad. Weil das ist ja sonst viel zu heiß. Ich denke auch, dass wir hier schon direkt auf der Strecke sind. Ja, wunderbar. Okay. Alles klar. Bist du ganz gut geschafft. Wir waren als erster vor Ort. Oder sind wir als erster vor Ort. Und wir machen mal die Sirene aus und gucken, was uns da auf uns zukommt. Wir fahren mal hier links rum. Und schauen, ob wir irgendwie aus der Entfernung sehen können, was da passiert ist. Ich will da nicht gleich hinterrasen. Und... Jetzt hab ich das gesehen. Das Fahrzeug hat sich mal wieder dupliziert. Verdreifacht. Keine Ahnung, was da los ist. Wir nehmen unsere schönes G36, gehen auf First Person und gucken mal, was wir da hinten sehen können. Okay. Wir haben auf jeden Fall Polizisten hier vor Ort. Drei Stück sogar. Und, ähm, hier ist ja alles im Arsch. Seht ihr das? Was zu Ende ist hier schon wieder passiert? Ey, Leute. Das ist euer Ernst? Ist das hier alles? Was ist ein Topmods Callout oder was? Dreimal kaputt ist? Fahrzeug oder was? Warum zur Hölle bin ich hier? Was ist das für ein Einsatz? Ich schnall's nicht. Ähm. Keine Nick-Button? Ja, sehr gut. Also, der Einsatz ist einfach kein Einsatz. Da sitzt auch irgendwie einer hinten drin. Guck mal, ist sogar ein Feldjäger hier. Also langsam schnall ich gar nichts mehr. Warum sitzt jetzt da hinten ein Feldjäger im Auto? Kann ich mit dem auch reden? Kann ich den da rausziehen? Hallo, der Herr. Kann ich Sie mal, kann ich Sie mal bitte fragen? Kann ich Sie mal da rauskommen, bitte? Was machen Sie denn in dem Auto hier? Wenn Sie Feldjäger sind? Nein! Lassen Sie die Tür offen. Ich wollte mich gerade mit Ihnen unterhalten. Ja, dass Sie uns verstanden haben. Können Sie vielleicht mal aus dem Auto rauskommen oder haben Sie gar kein Interesse gerade mit mir zu reden? Der hat irgendwie keinen Bock. Der weiß ganz genau, dass er, wenn wir mit ihm jetzt hier fertig werden oder uns um ihn kümmern, dass er das auf jeden Fall Stress kriegt. Kann ich den da nicht rausholen mit einer Waffe oder so? Okay. So, ne, hier geblieben, hier geblieben. Stopp. Ganz ruhig, fahr ruhig, fahr ruhig, fahr ruhig. So, wir werden erst mal mit dir reden. Halt, stehen bleiben. Nein, nein, ey, ey, seit wann, nein, 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 raus aus dem Auto. Du bist doch gefahren genommen. Nein, nein, so war das nicht gemacht. Du kannst dich einfach da hinsetzen. So, gehen wir mal runter auf den Boden hier, mein Freund. Moment. Deswegen wurden wir wahrscheinlich gerufen, so. Bin mir nur nicht sicher, was der Typ gemacht hat. Ich werde ihn gleich mal befragen. What's going on? I got here as quick as I caught. Ja, ja, ich weiß auch nicht, Mann. Everything is under control. Now they're back off my car. Okay, es ist alles in Ordnung anscheinend, aber ich schneide überhaupt nicht. What made you present? Ist es der Typ, der am Boden liegt? They got really angry. Okay, da hat irgendjemand ihn geschlagen oder so. Und ich dachte, jetzt wirklich der wäre es gewesen. Ah, der hat sich hinten in seinem Auto versteckt, ey. Was ist denn mit dir los, ey? Ja, gut, dann können wir den auf jeden Fall wieder freilassen. Aber das war ja schon ein sehr lustiger Callout, ey. Ja, dann würde ich sagen, genau. Kannst du wieder aufstehen. Was machst denn du da jetzt die ganze Zeit? Hör mal auf, die ganze Zeit hier hoch und runter zu gehen. Nein, ich will dich gar nicht hier. Stehen wir wieder auf. Ah, ich will hier nochmal mit dir reden, aber du wirst ja nicht mit dir reden. Mal gucken, ob ich vielleicht hier über ihn, über die Zentrale was rausbekommen. Okay, Peter, you callouts habe ich anscheinend gerade nicht aktiv, deswegen scheint das nicht zu funktionieren. Winkel, Description brauchen wir auch nicht. Playcheck, Toe Truck. Ich komme nicht wirklich weiter hier, Leute. Ich habe hier nicht was zu tun. Ich werde ihn jetzt aber auch trotzdem nochmal festnehmen. So, das ist mir alles sehr suspekt. Wenn ich jetzt den nochmal festnehmen darf. Langsam geht der. Heute, was ist das für ein Einsatz, Leute? Okay, jetzt geht's. Also, du bist vorläufig festgenommen. Wir werden uns dann gleich nochmal unterhalten. Und zwar in der... Warte, wie heißt es denn überhaupt? Stehen bei dir vorne drauf. Ach, auch ein Reifinger. Na, super. Na gut, wenn es ein Reifinger ist, dann lasse ich ihn frei, Leute. Ich meine, wenn er zur Familie gehört, der ist ja unglaublich. Ist ja voll die Familie hier, voll die Familienversammlung. So, alles klar, wir sind durch mit dem Einsatz. Haben den schon beendet. Ich würde sagen, Endcall habe ich schon gedrückt. Und dann geht es mal weiter. Komm, lassen wir wieder einsteigen, hier. Wieder zurück zu unserem Auto. Ja, ja. Der erste Einsatz war gleich mal Familie. Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt fallen mich. Komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Einsteigen, bitte. Einsteigen. Okay. Den nehmen wir auf jeden Fall an, den Einsatz. Das ist ein... Oh, Achtung, Hubbel. Äh, anscheinend ein betrunkener Fahrer. In Forzankudu. Also genau in unserem... Gebiet, wo wir eben... Oder unser Hoheitsgebiet, sag ich mal, da, wo wir unsere Einsätze fahren. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich da vorne, wenn ich die Straße runterfahre... Und mein Fahrzeug nicht total schrotte. Weil das hier ist echt ein beschissener Weg. Ja, der hört ja einfach auf, dieser Sandweg. Mal wieder ein großes Dankeschön an euch da draußen für den Support. Leute, ihr wisst Bescheid. Fühlt euch... Fühlt euch gedrückt von mir. Und, ähm... Alter, you're kidding me. Ich bin fucking Cop. Alter, ich... Ich gehöre zu dir. Runter mit der Waffel. Alter, was ist denn los mit dir? Was macht denn der, Alter? Was ist denn so Aggro? Leute, wisst ihr was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwas nicht stimmt gerade. Der Typ schiebt voll den Aggro auf mich. Wir sind die fucking Feldjäger. Ohne Scheiß, den müssen wir festnehmen. Auf geht's, komm schon. Vor, 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 vor. Hier holen wir uns. Hier holen wir uns. Irgendwas stimmt dir überhaupt nicht, hey. Runter mit dir auf den Boden. Runter mit dir auf den Boden. Runter mit dir auf den Boden. Hände hoch. Hände hoch. Runter auf den Boden. Runter auf den Boden. Du hast hier gar nichts mehr zu sagen. Runter mit dir. Runter mit dir. Ganz gechillt. Bleib cool. Geh runter. Leute, warum zur Hölle ist der denn so Aggro? Die nehmen wir gleich mit der Waffe weg. So, also den vorhin habe ich festgenommen. Wegen Bedrohung einer Person hier. Ich verstehe gar nicht, was gerade hier los ist. Okay, den grabben wir mal. Komm mal mit. Und den setzen wir hier mal rein. Dass den die Leute vielleicht nicht sehen. Weil wir müssen uns jetzt auf jeden Fall noch um diesen Einsatz kümmern. Runter auf den Boden mit dir. Den habe ich gesagt, runter auf den Boden. Nein, nein. Nein. Runter auf den Boden. Geht's runter auf den Boden. Ah, der macht das schon irgendwie so, ne? Sehr suspekt, Leute, ey. Jetzt macht er auch noch so ein Dance. Alles klar, komm schon. Wir müssen weiter. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Jetzt labert er mich denn so voll, ey. Andere Seite geht's rein. Andere Seite. Hier sitze ich. Hier sitzt der Fahrer. Ah, ich sehe schon. Das ist nicht so der hellste, der Typ, ey. Andere Seite, Mann. Hier geht's rein ins Auto. Komm schon. Ja, also. So, mit dem Früchtchen da vorne unterhalten wir uns auch noch mal. Sir, leave the area now. This is for authorized personnel only. Ja, auf Wiedersehen. Also, das ist wirklich sehr suspekt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Person, ähm, wo wir auf zwei Einsatz gerufen wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob ganz Forza Kudo jetzt für Algo auf uns ist. Auf jeden Fall will jetzt keiner mehr den Schrank aufmachen. Was mich persönlich aber nicht stört, weil die müssen wir sowieso immer umfahren. Mal gucken, was passiert, wenn wir da vorne an denen vorbeifahren. Na gut, siehst du, die haben kein Problem mit uns. Der Typ da vorne, wirklich, ganz kurag, schau her. Das ist aber sehr skurril. Na, sieh da. Kannst du mal bitte sofort anhalten. Was treibt der hier? So, jetzt müsste ich eigentlich über einen Policepartner ihm sagen, hier, run plate. Das bedeutet, der Kollege soll sich jetzt mal über das Fahrzeug informieren. Schönen guten Tag, der Herr. Mal bitte aus dem Fahrzeug aussteigen. Machen wir kurz mal eine Sirene aus. Die nervt mich gerade ein bisschen. Was denn hier gerade passiert, wurde gerade getasert. So. Das klang halt wie ein Taser. Ah, nee, das ist das Ding da drüben. Seht ihr das? Das hat ihr so bzzzzz gemacht. Passiert da was, wenn ich da hingehe? Nein, ich dachte schon, ich kriege einen Stromschlag. So, dann mal zurück zu dieser Person. Schönen guten Tag, der Herr. Sie wurden hier aufgehalten, weil sie unter Verdacht stehen, betrogen Auto zu fahren und gar nicht hier zu unserer Base hier zu gehören. Deswegen meine bitte erstmal an Sie. Machen wir kurz einen Alkohol- und Drogentest. Einmal den Drogentest, genau. Schauen wir mal, ob sie da irgendwie positiv was im Blut haben. Nein, kein Cannabis und kein Kokain. Dann nochmal ein weiterer Test und zwar bezüglich Alkohol. Da bitte ich Sie auch nochmal hier einmal ranzukommen. Nein, nein, nicht abzuhauen. Nein, 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 Moment. Das haben wir nicht gewettet. Bleiben Sie mal hier. Genau, nochmal Alkohol testen. Ach, gucken Sie mal. Sie sind erstmal vordentlich festgenommen, junger Mann. Weil Sie hier das Fahrzeug führen unter Alkohol-Einfluss. Das geht natürlich mal gar nicht. Ich würde Sie jetzt auch bitten, sich nicht weiter sicher zu wehren. Halt, bleibe Sie mal hier. Bleiben Sie im Stab. Halt. Ja, ich muss jetzt meine Waffe benutzen. Runter auf den Boden, runter auf den Boden. Ganz ruhig, nicht wegrennen. Ganz gechillt, runter mit Ihnen. Schade, dass hier mein Kollege das nicht gemacht hat mit dem Playcheck vom Fahrzeug. Das hätte ich ganz cool gefunden, aber das hat beim Policepartner nicht so funktioniert. So, Steve Merchant, Sie sind erstmal vordentlich festgenommen. Und das Fahrzeug lassen wir auch abschleppen, der wird hier nicht weiterfahren. Einmal auf die Knie bitte, der. Einmal runter auf den Boden. Einmal runter auf die Knie, Dankeschön. So, wir kommen uns jetzt erstmal nicht weiter mit dem Fall. Das werden jetzt die Kollegen machen von der Polizei. Und den Wagen lassen wir auch abschleppen, aber das ist eigentlich unser Job. Gut. Ich bin soweit zufrieden. Hier könnt ihr erstmal weiterfahren. Also ganz cool, dass wir heute auch mal einen Einsatz hatten auf Forza and Kuru. Passiert eigentlich eher selten. Das Fahrzeug wurde auch schon abgeschleppt. Ja, das ging immer richtig schnell. Das ist schön. Schön zu sehen. Okay, wir haben einen Einsatz, wo eben eine Schusswaffe gebaut wurde. Oder eben Schusswaffe im Einsatz sind. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich mit dem Typen machen soll. Der auf der einen Seite da am Tor Wache geschoben hat. Der war ein bisschen strange. So, wir sind durch, Vorsicht. Immer durch diese Tore brechen. Ah ja, wir haben auch kein Hashtag für diese Folge. Dann nehmen wir doch mal kaputt. Hashtag kaputt, weil ich jedes Mal diese Schranken kaputt fahre. So. Das Fahrzeug, das wir suchen, ist da vorne. Oh, ich hätte diesen Drift nicht machen sollen. Und das könnte eine heiße Erfahrungssalt werden, weil die Karre hier echt nicht schnell ist. Das Blöde ist, wenn ich nicht in den Radius des Fahrzeugs komme, kann ich auch keine Unterstützung rufen. Das ist ein bisschen schade. Hier in dem Tunnel sieht man eigentlich ganz gut, wie das Licht jetzt aussieht, finde ich. Gefällt mir persönlich sehr schön. Wir fahren auch schon ganze 130 kmh, Leute. Es ist absolut wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich drehe völlig am Rad gerade. Ich kriege so einen Geschwindigkeitsrausch. Unbezahlbar, dieses Vergnügen, das ich gerade habe. Kannst du ja mal ein Brüchen in die Stulle rüberreichen? Ja, es ist super, super langweilig, ey. So, da vorne hätten wir doch mal gleich den Verdächtigen. Ich sehe ihn da vorne. Jetzt wird er gerade über die Kuppel und jetzt speedet er nach links ab, so ein bisschen die Straße. Aber ich bin so lahm. Ich komme da nicht wirklich hinterher. Aber vielleicht haben wir Glück. Und da wird irgendwo ausgebremst. Aber die Karate tut sich echt schwer dabei. Aber willkommen, glaube ich, eine Ransäule, wie es aussieht. Zumindest macht es den Eindruck. Wow, shit. Okay, wir sind ja da rangekommen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, shit. Waffen, 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 Achtung. Achtung, Achtung. Sofort die Waffe raus, Waffe raus. Holy shit. Pullis ist auch schon vor Ort, voll sein vor Ort. Ich habe die falsche Waffe genommen, so ein Bullshit, Alter. Alles klar, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Shootout direkt auf der Straße. Vorsicht, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Sehe ich ihn noch? Okay, liegt er noch am Boden. Vorsicht, ganz langsam, Achtung an der Waffe. Und damit er... Ja, ich habe ihn schon wieder in den Kopf geschossen. Vorsicht, Vorsicht, da drüben ist eine andere Person. Was ist mit dem los? Mal einen Arm schießen, warum auch nicht? Kurz Unterstützung rufen. Wir haben einen Polizisten hier am Boden. Dazu brauche ich auch gleich nochmal Unterstützung. Und zwar einen Krankenwagen. Die Situation ist für mich gerade ein bisschen übersichtlich. Holy shit. Hallo. Hallo, Kops. Ja, super. Das funktioniert schon mal so gut. Super. Was macht er denn hier für eine Pose? Habt ihr das gesehen? Mal rein hier in unsere Karre. Lassen wir mal kurz die Polizisten das machen. Steig mal ein hier, Kumpel. Wir kommen uns da nicht rum. Wir hauen mal langsam wieder ab. Wir haben unseren Dienst getan. Der Krankenwagen ist auch da. Wir fahren auf die Seite. Die Polizisten sind da. Das war ziemlich krass, der Einsatz gerade. Hätte nicht gedacht, dass das eskaliert. Oh shit, wir haben einen Platten. Wir haben einen Platten. Und da vorne rennt noch irgendeine Person in die Straße. Ich glaube, das war der, den ich angeschossen habe. So, dann müssen wir unser Fahrzeug reparieren. Dazu rufen wir kurz Unterstützung von der Zentrale. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze... Oder was heißt, von der Zentrale? Gucken wir mal, dass wir unser Fahrzeug wieder repariert bekommen. Ja, schreibe ich eigentlich so an hier. Wow. Habt ihr es gesehen? Okay. Ich glaube, wir müssen davon noch unterstützen. Trotz unserer kaputten Felge. Ich glaube, der Typ ist wirklich hier runtergeraust, gerade am Strand. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, der ist hier einfach runtergefahren. Schauen wir, ob wir zum Fuß irgendwas machen können. Ob wir dem helfen können. Ich glaube, der ist hier wirklich runtergefahren. Hab ich den? Aber da habe ich das nicht... Habe ich das falsch gesehen? Warte, wo ist ein Boot? Nicht, dass der jetzt hier abgestürzt ist und die Person Hilfe braucht. Ah ja, ich dachte, der wäre reingefahren. Okay, kann mich auch täuschen. Alles klar. Dann reparieren wir erstmal unsere Fahrzeug. Dann können wir die Waffe wieder wegstecken, weil das sieht ja nicht aus, wenn wir den ganzen Tag mit der Zone Waffe rumlaufen. Ich hätte echt schwören können, dass der hier runtergefallen ist. Aber gut. Habe ich mich getäuscht. Okay, ein Überfall in Chumash, wo wir auch unterstützen sollen. Und zwar ist es hier vorne rechts. Die Polizisten wussten ja gerade schon durch den Einsatz, dass wir vor Ort sind. Und ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Feuerpower als die. Deswegen werden wir wahrscheinlich als Fältiger aktuell zu diesem Einsatz mitbeordert. Ja, wenn es euch gefällt, wie gesagt, teilt meine Videos. Würde mich tierisch freuen. Und lasst doch mal ein Like da. Das wäre auch sehr nett von euch. Ich weiß, dieses Like-Gebettel und das mit der Werbung geht einem schon manchmal auf den Sack. Aber ich kann es nur wiederholen, weil ich denke, das macht schon auch wirklich was aus. Weil manchmal vergessen die Leute es einfach. Deswegen danke für den Support. Und wir gucken uns mal den Einsatz hier an, was hier los ist. Okay, also wir haben da drinnen anscheinend eine Hostage-Situation. Also wirklich sind wir da geiseln. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie von hinten reinkommen oder reingucken können. Schauen wir mal um das Gebäude rum. Oh shit. Schüsse, 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 Leute. Schüsse sind gefallen. Achtung, Achtung. Alles klar, ich habe den ersten. Vorsicht. Liegt schon am Boden, liegt schon am Boden. Ich gehe vor, ich gehe vor. Recht sauber, recht sauber. Schau, du hinter der Theke. Hier im hinteren Raum auch, alles soweit sauber. Shit. Oh shit, was war das? Was hier passiert? Ja, sag mal, da bist du bescheuert. Ist jetzt die Scheibe eingeschlagen oder was? Na gut, okay. Ich denke mal aber auch, dass die Person... Oh shit. Ah, die Frau wurde schwer verletzt. Ich ruf mal gleich einen Medic. Ich ruf mal gleich einen Corona, wollte ich sagen. Aber auch einen Medic. Komm, wir rufen beide. So, dann überprüfen wir nochmal hier das Fahrzeug. Das müsste das sein von dem Raubüberfall. Von der Person, die hier den Raub begangen hat. Ah, Wege Description geht auch nicht, weil ich wieder Peter U Callouts nicht im Laden habe. Na gut, dann lassen wir das Fahrzeug auf jeden Fall mal abschleppen. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, auch ohne Peter U Callouts. Halt und Playcheck könnte ich machen. Wartet mal, hier Playcheck, das geht doch auf jeden Fall. Was passiert denn da drin gerade schon wieder? Wer ist denn gerade reingerannt? Ah, okay, Corona. Okay, das Fahrzeug hat eine Traffic Violation. Vorsicht. Ja, oh, ihr brems rechtzeitig, nicht schlecht. So würde ich sagen, holen wir uns hier mal für den einen Absteppwagen. Der Traffic Violation ist jetzt ja nicht wirklich... Rapido, rapido, rapido. Das ist natürlich jetzt nicht so schlimm, aber wir lassen ihn trotzdem mal abschleppen. Da steht unter Verdacht, der Besitzer von diesem Fahrzeug gewesen zu sein, der den Laden überfallen hat. Und hier geht irgendwie gerade was kaputt so. Wir hören das in Scherben, ich habe Reifeln kaputt gehen hören, ich weiß nicht warum. Könnte sein, dass der Toadruck gerade... Achso, der hat das Fahrzeug aufgeladen, dann ist es passiert. Das war es für unseren Einsatz für heute. Ich denke auch, dass wir das hier so beenden können. Der Toadruck, ich fahre mal ein Stück zurück, dass der hier vorbei kann. Der Laden ist auch aufgeräumt, da liegt zwar noch ein bisschen Geld am Boden, aber ich würde mal sagen, das war es. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten Feedback auch immer gerne gesehen und gelesen. Ich antworte auch gerne auf eure Fragen, wenn ihr euch habt. Wenn ihr mit mir persönlich mal euch unterhalten möchtet, kommt auf meinen Discord-Server. Da bin ich jeden Tag. Und auf Twitter und auf Facebook gibt es mich auch unter dem Namen Reifinger IP. Wer Livestreams gucken möchte, schaut auf Twitch vorbei. Da ist ich Reifinger TV. Und jetzt denke ich, habe ich alles durch, was euch interessieren könnte. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, gibt es noch einen Link unten in der Videobeschreibung. Paypal.me slash Reifinger IP. Da geht es dann zu Paypal, wenn ihr mir das spenden möchtet. Oder ich habe noch eine Patreon-Seite bei Tippi. Wer da Bock hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Das Geld kann ich gut brauchen. Es wird auf jeden Fall für sinnvolle Zwecke benutzt, wie zum Beispiel Mietestrom oder Internet. Den ganzen normalen Kram, um das Ganze hier aufrecht zu halten. Ich bedanke mich für euer Interesse. Und wenn ihr mich finanziell nicht unterstützen könnt, wie gesagt, gibt es immer noch die Möglichkeit, die Werbung zu gucken. Dankeschön. Das war mal eine fertige Folge. Ich bin draußen und schaut euch auch die Endcard an. Da habe ich wieder zwei ganz coole Folgen für euch verlinkt, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt und euch vielleicht auch gefallen könnten. Ich bedanke mich. Ich gehe jetzt da vorne erstmal so ein Tier umschubsen. Und ja, jetzt hauen sie ab. Schade. War eine coole Folge, war eine coole Zeit. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. So, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen in der Natur spazieren. Wir sind ja Felljäger und jetzt hab dich nicht so, ne? Auf geht's. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.